Ein explosives Ende. Das gleiche in der Nähe. Wow. Die Pferde sind durchgegangen. Hilfe! Die haben auch keinen Bock Nitroglycerin zu transportieren. Die Verbrecher töten. Wo sind sie? Ach, lassen wir das. Machen wir lieber ein explosives Ende. Frank Morris hat den Sprengstoffvorrat der Templer gefunden und wird versuchen, ihn um jeden Preis an sich zu nehmen. Die Fracht soll umgelagert werden. Wir müssen los. Dahinten steht eine Kutsche. Wenn wir uns drin verstecken, fahren sie uns direkt zu ihr. Sie gehen nach Hause. Alright, then. Die Templer-Kutsche verstecken. Ohlala. Die lasse ich leben, bis sie mich an unser Ziel gebracht haben. So. Huh. Also geschafft. Warten, bis der Wagen die Fabrik erreicht. Na, das sollte nicht so schwer werden. Ja, jetzt kriegen sie das Zeug nicht mehr. Scheiß Anarchisten. Könnten kein Besäubnis in der Brauerei organisieren. Das wurde auch Zeit. Warum hat das so lange gedauert? Ja, das möchte ich sehen, wie jemand versucht, hier einzubrechen. Tja, ich brech hier jetzt ein. Na, komm. Ha, 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 ha. Ihren eigenen Mann haben sie umgefahren. Templer mit Nitroglycerin töten? Ah, du sollst nicht fahren, du sollst nur loslassen, Mensch. Schau schon, streng dich an. So, jetzt aber. Beinen Herrn. Tut mir leid, aber ich kann einfach nicht anlassen. Ich reiche meinen Sohn. Alter, ich schieße... Mr. Lewis! Der Arme. Hoffentlich findet er Frieden. Lasst uns die Kisten zerstören. Besser, wenn niemand dieses Zeug in die Finger kriegt. Die arme Sau. Ich bin kein Eindringling. Schon mal einen? Dass ich ein solches Verhalten einfach immer so hinnehme, das ist nicht meine Aufgabe. Dafür habe ich... Schnell weg. Ich bin kein Eindringling. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt nur her, ihr Schweinchen! Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Tag, die Dame! So, das sollte reichen Mit Marx sprechen Tja, Frank Maus kann er leider vergessen Armes Schwein Ja, was soll man machen? Templer erkennen, nun mal keine Skrupel Sie sind zurück Ich hatte befürchtet, dass so etwas passiert Er war ein guter Mann, doch auch die Besten können vom Weg abkommen, wenn die Trauer sie blind macht Trotzdem danke, dass es nicht noch viel schlimmer gekommen ist Okay, schauen wir mal Drei Punkte schon mal Na, das lohnt sich ja schon fast Aber auch nur fast Ich denke mal, ich spare lieber auf den Meister Assassin Handschuh für Level 10 auf Also, so wie ich das sehe Brauchen wir eh nur noch eine richtige Fähigkeit Und dann ist gut Schauen, wo könnten wir jetzt noch hin? Farben, Weinroth, Vox, Populi Was haben wir sonst noch so Feines hier? Okay, sonst haben wir scheinbar nichts mehr Na dann, ab in den Zug Verzeiht, dass die gute Misszorn erledigt wird Ja, ja Schleimer So, vielen Dank, Dale Jetzt können wir mit vollen Taschen Wow, 30 Messer Nöt, nöt Ich dachte bis eben, dass wir immer nur 15 mitnehmen können Aber na gut Ist mir auch scheißegal, aber Ein Dorn im Auge Hm Was bringt ein Schlüssel, wenn man nicht weiß, welches Schloss eröffnet? Wahrscheinlich steckt mir Thorne in derselben Zwickmühle Henry Mr. Green, hier, das ist es Der passt zu einer Schatulle der Königin Sie ist im Tower von London Die reinste Festung Sie haben nicht zufällig Freunde dort Ein Wachmann Falls Sie ihn finden, wenn Sie drin sind Wir sprechen uns, wenn ich das Tuch habe Danke für die Hilfe Ich glaube, Jacob bildet sich da nicht ein Die beiden Zwischen den beiden sprühen wirklich Funken Ich hätte es halt nur ein bisschen netter zu ihr da vorhin gesagt Als Sehen Sie das so an, damit Sie extra da neben mir stehen können Oh Mann, oh Mann Naja, wo die Liebe hinfällt Der berühmte Tower von London Eines der schlimmsten Gefängnisse, die das britische Empire je hatte Sehr viele Wachen Vorhersehbare Patrouillenwege Thorne könnte schon drin sein Ich bleib lieber hier im Schatten Na, wird schon klappen Gut, hier ist kein Schwein Da können wir auch Vielleicht mal schleichen, mein lieb Evi Kaputze drüber und dann ist Jut Haha Das Tuch ist in der Truhe, zu der dieser Schlüssel passt Findet es und bringt es her Halt Eskort zu den Kies Halt, who comes there The Kies Whose Kies Queen Victoria's Kies Halt, Queen Victoria's Kies All is well Ähm Ihr seid nicht von der königlichen Wache Wie viele seid ihr? Sag es Lasst mich los Das ist parat Wartet nur, bis ich rauskomme Das werdet ihr büßen Aha Gibt's ja viel zu machen hier Verbündete Wache Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat Unterstützungsgelegenheit Und Infiltrationsgelegenheit Na dann Können sie Können die egal von verkleideten Templern unterscheiden Na dann Dann ziehen wir mal los Ja, wir sind ja Freunde der Königin Also sollten wir die Wachen lieber nicht umbringen Außer natürliche sind verkleidete Templer Meldung Alles ruhig, Sir Wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang Schlossende Türen können nun geöffnet werden Schön mitkommen, mein guter Mal schauen, zählt das schon als Türen, wenn man ihn nur niederschlägt? Mal gucken Oh gut, es zählt nicht Schön zu wissen Generalschlüssel erhalten Schön, schön Der wird bestimmt sehr hilfreich werden Beweg dich Wow, sind viele Leute hier Okay Okay, dann sollte ich jetzt besser warten Guck nicht hier runter Sehr gut Da es ja Templer sind Zählen die nicht Oder ich will, ich weiß nicht hier Ja, ich weiß nicht hier Wie ist es? Ich weiß nicht hier Ich weiß nicht hier Vielen Dank.